Und damit herzlich willkommen zu unserem ersten Spiel in der neuen Saison. Im Pokalspiel, wir können gleich in Berlin bleiben. Wir spielen ja gegen den Berliner AK. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Also viel passiert ist jetzt nicht zum letzten Video. Ich habe das Gefühl einen Tag davor aufgenommen. Das heißt, also ein Ingame-Tag davor. Das heißt, da ist alles beim Alten. Wir können eigentlich direkt so rein starten. Groß Pressekonferenz gibt es nicht. Ich wollte eigentlich hier auch unser schönes Pressekonferenz-Banner neu machen. Dass es mal ein bisschen nach was aussieht und einfach nicht nur irgendwie so drüber geklatscht ist. Aber ich habe einfach keine Zeit gerade. Ist ja auch nicht schlimm. Machen wir jetzt noch eine Saison mit dem und ab nächster Saison gibt es dann was Schöneres. Aber ich glaube, da stellt sich auch keiner dran. Grundsätzlich ist es einfach nur wichtig, dass ich dann immer die Woche kurz zusammenfasse. Und ich glaube, wir können so direkt reingehen. Ihr seht gleich mal die Jungs, wie wir spielen. Und ich hoffe, die haben Bock, weil ich habe es gleich. Und da seht ihr die Aufstellungen, wie wir reingehen. Und zwar, ich erkläre es euch kurz. Linus Gechter spielt deshalb, weil er ein bisschen angeschlagen war, die ganze Vorbereitung. Und ich ihm jetzt eben hier in dem Spiel die Möglichkeit geben möchte, nochmal ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Wahrscheinlich wird aber in der Liga der Räte beginnen. Der macht das ganz in Ordnung. Ist unser Top-IV nominell aktuell. Von der Durchschnittsleistung sind sie alle sogar auf einem Niveau. Jetzt was die Vorbereitung angeht. Rochelle ist natürlich im letzten Spiel wieder doppelt getroffen. Ich glaube, Vorbereitung ist genau seine Zeit. Wenn es dann in die Pflichtspiele geht, dann fühlt er es eher nicht so. Aber gut. Jochkan Castillo, das sollen die beiden werden, die da unsere Flügelzange bilden. Auf außen. Das heißt, die dürfen heute auch beginnen. Christensen ist, glaube ich, klar. Fodenze, Lukebakio sollen auch offensiv spielen. Ein Gangkamp kriegt den Vorzug vor in Mecca. Einfach, dass er da auch nochmal ein bisschen Spielzeit bekommt. Sich ein bisschen beweisen darf. Vielleicht ein, zwei Erfolge schon sammelt heute. Und der Tuzar beginnt mit Dardai. Das ist unsere Doppel-Sechs, wie sie sein soll. Und Diom und Dema statt Serdar. Einfach um, wie gesagt, ihm auch ein bisschen gutes Gefühl, ein bisschen Spielzeit mitzugeben. Ich würde sagen, wir sollten das Spiel gewinnen. Christensen ist dann motiviert. Sehr gut. Und wie sehr hoffen sie, dass ihr Team heute eine gute Leistung zeigt? Ich hoffe das nicht. Ich weiß das. Viel vorbereitet hat mir sehr gut gefallen. Genau. Wie ist die allgemeine Stimmung in der Mannschaft? Seit wann duzen wir uns? Junger Mann. Niklas. Na? Ich habe sie nicht angeboten. Kann mich nicht erinnern. Wir sind eine Familie. Achso. Ne, die Stimmung ist gute Stimmung. Na, wir sind ehrlich. Wir sind ehrlich. Wir sind eine Familie und da gibt es Streit, Dispute und Spannungen. Solange wir zusammenhalten, mache ich mir keine Sorgen. Und das tun wir. Das tun wir. Die stehen alle auf meiner Seite, wenn es darauf ankommt. Und, oh, Jung Chazula spielt hier. Sehr nice. Ja. Und das ist unsere Ausstellung. Hier wir reingehen. Ich hoffe, wir überrennen sie. Ich muss noch einmal ganz kurz hier natürlich die Wettbewerbseinstellungen wieder machen. Ihr wisst doch, wie es läuft. Let's go. Herein. Erstes Pokalspiel. Ich habe Bock. Okay. Jetzt die Frage natürlich. Ich hatte gerade die ganze Zeit mein Headset nicht auf. Warum habt ihr keine Audio? Warum habe ich auch keine Audio? Was hat... Ah, ich weiß warum. Ich habe einen Ton ausgemacht. Weil ich während des Videos geguckt habe, als ich hier die ganze Vorbereitung gespielt habe. Da läuft es doch wieder. Guck mal. Da sind wir doch, Freunde. Problem gelöst. Doch. Prudenz. Mit dem ersten Freistoß. Der kommt lang. Ein Gang kam. Schade. Das frühe Tor hätte ihm gut getan. Muss ich da jetzt natürlich auch ein bisschen behaupten gegen Lukas. Hat ihm nicht so gepasst, die Verpflichtung. Aber so ist Fußball halt. Gerade in der Bundesliga. Da kann man als junger Spieler nicht mal die Stammblitzgarantie für sich beanspruchen. Vor allem, wenn man einfach mal nur ein paar Spiele gemacht hat. Und da auch nicht in jedem getroffen hat. Da wird es schwierig. Na, ich kriege da. Wieder ein bisschen locker zum Kopf fallen. Oh, Luki, das war abseits. Ne, war es nicht. Björk, Flanke. Ne. So sauber zu stehen. Luki Bakio aus der Distanz. Ne. Okay, aber die Richtung stimmt. Es geht aufs Tor der Berliner Acker. Kriegen wir eigentlich auch hier die aktuellen Spielstände von uns? Oder klappt das nicht? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht nochmal einer. Schlitter. In Gang kam. Ja, erstmal sicher zurück zum Keeper. Ist auch ein ekliges Wetter hier im August. Bei so strömendem Regen. Dann ist auch noch 30 Grad. Und da macht es keinen Spaß, Fußball zu spielen. Also da möchte man vielleicht ein bisschen Sonnenschein, aber nicht so einen warmen Regen. Aber die Jungs kommen damit ja klar. Die sind Profis. Hoffe ich. Jaka, ist schön vorbei. Aber Langverteidiger ist gut. Also bisher. Der DT-Club, der steht da ziemlich gut. Und Seton gewinnt vorne die Kopfballduelle. Susseck und das war aber jetzt abseits. Michael Seton im Abseits. Ganz klar. Hab ich als Schiedsrichter Laie mal wieder besser gesehen. Ahoy. Gegen Scherzula. Und Scheid. Gute Ballerübung von Björkern. Und jetzt kann es den Konter geben. Was macht er? Geht erstmal vorbei. Schickt dann einen Gangkamm. Da hätte er natürlich die Jungs mitnehmen können. Ist er vielleicht ein bisschen zu eigensinnig. Weiß natürlich auch, dass er jetzt liefern muss. Klar, da probiert man vielleicht einen Tick mehr. Und spielt dann einen Tick unbedacht da. Aber. Muss er auch lernen. Ja komm hier. DFB Pokal natürlich rein. Leipzig führt schon 2-0. Auch Hoffenheim führt. Wann kommen wir dazu? Castillo bringt eine lange Flanke. Luke Bakio legt ab für Björkern. Geblockt. Toussar. Ball bleibt noch bei uns. Luki. Ja geht vorbei. Komm. Zurück auf zu Sadio Montel Potenz. Ich spreche von eigentlich aus. Potenz. Potenz? Ich weiß es nicht. Wir sagen Potenz oder? Ja. Hätts jemand beschwert. Schnauzzeiten. Und Schasula richtig viel Platz. Aber. Ja geschnippelt. Das will der Trainer nicht sehen. Hauen drauf da Jürgen. Ist überhaupt der Jürgen oder was der Klaus? Ne der Jürgen. Ja. So Jungs komm. Machen wir ein bisschen anfeuern hier noch. Ich möchte mit dem 1-0 wenigstens in die Halbzeit. Auch Jessic für dich. Weil sonst bringe ich Lukas. Weißt du. Weiß er aber auch. Deswegen ist er so nervös. Potenz. Gut ist der Kling von Mayer. Weil kommt trotzdem zu Diomondé. Riesenparade von Schlitter. Geiler Typ. Potenz bin ich. Der ist halt einfach nur 1,65. Das ist unglaublich. Was ein Zwerg. Tuzar. Findet da keine Lücke. Und ja. Im Dribbling hat auch seine Probleme. Ein Gang kam jetzt wieder kurz an. Sehr gut. Jetzt Diomondé. Tuzar. Potenz. Schön gespielt. Und wieder drüber. Jetzt aber auch mal Austeuung. Bauen wir jetzt ganz dringend. Und Bayern liegt hinten gegen Zwickau. Uiuiui. Was ist da los ey? Ähm. Komm. Komm. Die Anzeige Tabel muss auch kapieren. Auf hinten. Oh. Ah. Wieder falsche Ansparre. Komm. Und Stürmer. Auf geht's. Komm. Du kannst den Unterschied machen. Lass uns mal noch so laufen. Zehn Minuten. Maximal. Dann müssen wir umstellen. Wir sind ja nicht umstellen. Sondern dann müssen wir wechseln. Krieg ich das. Ja. Luke Bakio lang geht natürlich immer. Das ist klar. Das weiß er auch selber. Und jetzt stehen wir natürlich sehr hoch hier. Unser Innenverteidiger schon fast mit der Hälfte. Des Gegners. Aber wir kommen nicht durch. Wie gesagt. Die machen das da sehr gut. Kommt zwar selber nicht nach vorne. Das ist das Gute. Aber ohne Tor kann man auch kein Spiel gewinnen. Das heißt. Unsere drei Zauberer da vorne müssen wir was zeigen. Tozar geht jetzt vorbei. Geblockt. Schlitter klärt den nicht so richtig. Weil er bleibt erstmal bei uns. Das hört man auf die Szene ab. Aber ich glaube wir wechseln dann. Wird jetzt hier wieder nicht so eine knappe erste Pokalrunde haben. Jörg Kahn. Gang Kahn. Gut pariert. Luke Bakio wieder pariert. Schlitter. Was ist das denn für ein Typ? Und nochmal über den Einwurf vielleicht jetzt. Pudenz bringt die Flanke. Luke Bakio. Da ist das Ding. 1-0. Boah. Langgezittert. Aber dann doch getroffen. Das ist das Wichtige. Wenn klar. Hat grundsätzlich auch nur für uns gesprochen. Das Spiel aber. Das Tor muss man trotzdem machen. Mecca kommt rein. Aus zu als Serdar. Kommt. Und ich denke wir bringen auch statt Castillo mal William. Als ein Dreierwechsel. Und den Rest. Schauen wir mal. Schlitter. Gut von William. Der muss dieses Jahr echt was zeigen. Die Rückrunde war ja nicht wirklich prickelnd. Und Denson Mecca fällt. Und es gibt den Elfmeter. Es gibt den Elfmeter. Und den schießt wahrscheinlich Luke Bakio. Das lässt er sich nicht nehmen. Elfmeter bleiben Schleppssache. Uhu. Und der verschießt. Junge. Was macht denn dieser Schlitter für ein Spiel? Also der wird aber gescoutet und für die zweite Mannschaft geholt dann. Wo ist er hier? Tom Schlitter geliehen von Magdeburg. Direkt scouten. Ab in die zweite mit dem. So nochmal Ecke Prudenz. Wieder geklärt. Luke Bakio hält den bei uns. William. Schöner langer Ball. Viel Platz da außen. Versucht ihn nochmal in die Mitte zu bringen. Klappt aber nicht. Wir wechseln noch einmal. Und zwar Tuzar geht einst defensiver. Martin Dardai raus. Und Jürgen Lukstein mit dem Profidebüt. Der ist ein bisschen sauer. Warum auch immer. Er soll jetzt nicht so umheulen. Gut von William. Der ist richtig gut in die Partie gekommen. Sehr schön. Sieht so ein bisschen aus wie so Raffinia. So ein kleiner. Schöne Flanke. So ein kleiner Rechtsverteidiger da. Jörghan, Gächter, Turemovic. Jetzt lassen wir den Ball ein bisschen laufen. Richtig so. Guck mal wie kompakt Berlin da steht. Alles andere Berlin. Geiler Ball für Luke Bakio. Hat der jemand dabei? Ja, Lukstein. Das wäre es gewesen. Im ersten Spiel direkt das Tor. Könnte man mal so machen. Aber ich glaube ein Wechselprämie nochmal. Und zwar würde ich gerne Saur bringen. Für Potenz auf rechts außen. Nochmal ein bisschen Tempo ins Spiel. Der ist so ein richtig schneller Flügel-Spieler. Das soll man auch zeigen. Und Lukstein ist riesig. Lukstein ist glaube ich echt. 1,90 habe ich im Kopf. Aber der sieht gefühlt noch größer aus. Schlitter wieder sehr sehr aufmerksam. Beide bleibt aber bei uns. Echter Christensen. AK läuft auch nicht hoch an. Bob Jörghan da hat er das Anspiel verpasst auf Luke Bakio. Der ist dann trotzdem durch. Zurück Lukstein abgefälscht und wieder Schlitter. William. William. Sieht ihn fertig. Ich denke, dass du das guckst, wie groß war der. 1,93. Was ein geiler Typ. Und da noch mit solchen Anlagen. Also das wird. Wer war Alaba? Frag ich euch. Oh, ein Mecker. Auch drüber. Aber auch er heute noch nicht mit dem nötigen Glück. Na klar, ein 1-0 reicht das grundsätzlich. Aber bei 3,1 Expected Goals dürfte auch gerne mal ein zweites zumindest rausspringen. Amamu auf Chait. Gut, aufgepasst von Gästa. Jetzt können es schnell gehen. So, der ist eh schnell. Der zögert aber das Spiel. Naja. Junge, du bist schnell. Bleib auf außen. Das willst du in der Mitte dribbeln. Ja, schöner Ball auf Lukas. Und wieder und zweimal wieder Schlitter. Also ich habe noch nie, glaube ich, eine bessere Torwart-Performance gesehen, als von dem Bruder heute. Ich bin echt beeindruckt. Schade, dass seine Jungs das nicht für ihn belohnen offensiv. So, William lässt sich hier viel Zeit bei der Ecke. Gut angeklärt. Zu erzählen, da passt auf. Nochmal raus. William, schöne Flanke auf Lukas. Let's go. Da ist das 2-0. Spiel entschieden. William belohnt sich für eine richtig gute Partie von ihm. Und Lukas, nur ersten Flichtspieltreffer auch für uns. Die Serie geht weiter. Bei ihm. Jetzt da, Zerda, Zerda, Zerda nochmal geblockt und es gibt nochmal Ecke. William. Lang klärt den per Kopf, Luke Bakio. Schneller ist der Rest, Zerda. So, ich glaube, das war's auch. Ich denke nicht, dass wir da noch aufs 3-0 gehen. Ein wenig überzeugendes 2-0, denke ich, wie das hier. Also, da hätten schon mal 3-4 Tore bei rausspringen können. Aber gut. Ein Sieg ist ein Sieg. Derby-Sieg. War vielleicht auch nochmal ein Tick schwieriger, als sonst schon Pokalspiele sind. Defensiv sehr stark. William, Uremovic, Gechter, Björkern und Christensen. Auch Tuzar richtig gut. Lukstein gut reingekommen. Luki dann, ja, schade den Elfmeter verschossen, aber so ist es. Mecker mit dem Tor. Dardai, Potenz, Jumon, D, ja. Ist okay. Ist okay. Vor allem er hier, vor allem William hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde sagen, das war ein deutlicherer Sieg. Ein Sieg und eine gute Leistung. Mehr war es nicht. Ein Sieg und eine gute Leistung war es. Wir reden kurz mit der Presse. Und sehen uns dann am Ende vom DFB-Pokal. Sehen wir dann am Ende vom DFB-Pokal-Spieltag. Am Ende vom DFB-Pokal, da ist die halbe Saison rum. Oder fast die ganze. Da ist sogar die ganze Saison rum. Das wollen wir natürlich nicht. Wir warten mal kurz auf die Presse. Die müssen sich ja immer ein bisschen länger verbreiten. Wir müssen mal gucken, wo sie dann noch den größten Bullshit schreiben können. Wer hat vielleicht nochmal irgendwo was gesagt? Okay, wenn es so lange dauert, dann, glaube ich, machen wir keine Presse. Dann sehen wir uns jetzt gleich am Ende. Bis gleich. Und da sind wir am Ende vom Spieltag, beziehungsweise von der ersten DFB-Pokal-Runde. Wir schauen uns einmal schnell an, was überhaupt passiert ist. Heidenheim hat das Elfmeterschießen gewonnen gegen Bielefeld. Wobei Heidenheim in Liga 3 ist halt auch traurig. Das ist halt echt traurig. Aber ist halt auch eher ein Gegner für die zweite Liga. Also da kann man mal rausfliegen, finde ich. Vorum macht das relativ souverän. Macht früh die Tore gegen Wiedenbrück und dann passiert da auch nichts mehr. Und Regensburg braucht die Verlängerung gegen Unterhavien. Wäre auch mal schön, die Welt da oben wieder zu sehen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Hauptspietagen, Samstag, Sonntag. Sub-Brücken schlägt. Kreuter führt auch dritte gegen zweite Liga. Da kann sowas natürlich mal passieren. Köln braucht zwar sehr lange gegen Altonor, gewinnt dann aber immerhin 2-0. Macht wenigstens noch die zwei Tore, dass es ein bisschen besser aussieht. Offenheimer gewinnt 3-0, souverän. Badingen schlägt sich mit einer roten Karte gewissermaßen auch selber. Wobei, da stand schon 2-0, also von daher nichts mehr dran zu ändern. Auch wir haben uns etwas länger schwer getan, bzw. generell etwas schwerer getan. Trotzdem 2-0 Sieg, souverän weiter. Die Schalker. Oh, Chupo Moting. Zurück auf Schalke, oder? An die Hamburg war er vorher. Chupo Moting bei Schalke. Interessant. Interessant. Die sind doch zweite Liga jetzt, ja. Sehr stark. Tun sich schwer gegen Korpus, aber letztendlich weitergekommen. Das ist die Hauptsache. Ich glaube, auf Schalke nimmt man das Geld aus dem Pokal sehr, sehr gerne mit. Hannover. 3-0 Sieg. Kein Problem. Gar kein Problem. Auch die Bayern, die brauchen aber die Verlängerung. Die Bayern brauchen die Verlängerung gegen Zwickau. Wow. Nicht schlecht. Dann gibt es immerhin nochmal zwei Tore, aber beachtliche Leistung von Zwickau. Warum spielen die überhaupt zweite Liga gegen Bundesliga? Das ist ja traurig. Scheiße. Also für Zwickau ist es scheiße. Aber gut. Die haben immer gegen Bayern gespielt. Wer weiß, vielleicht nach der Saison sind sie eh wieder in der dritten. Die Hamburger. 2-0. Relativ souverän gegen Halle. Auch Leipzig lässt nichts anbrennen. Kiel ebenfalls. Stuttgart auch. Augsburg macht es ein bisschen spannend. Und Sandhausen. 3-0 gegen Pauli. Oha. Was? Na ja. Union kommt leider auch weiter. Übrigens nicht mehr Urs Fischer Trainer. Der ist nämlich jetzt Österreich-Coach. Hat hingeschmissen. Bei Union kann man auch verstehen. Wer ist Berliner? Was? Herthaner? Verstehen das sowieso. Aber gut. Dann auch Lautern gewinnt gegen Werl. Dortmund auch sehr souverän. Rostock. Ja, ein scheinbar spannendes Spiel. Auch ein bisschen mit einer roten Karte noch. Also ein bisschen hitzig. Kann ich mir auch vorstellen. Die Wolfsburger feiern Torfestival. Lagen sogar kurze Zeit 2-1 zurück. Dann wurde aber Nürnberg richtig abgeschossen. Karlsruher verdient im Elfmeterschießen gegen Ingolstadt. Schade. Düsseldorf ihr braucht ebenfalls Elfmeterschießen gegen Köln. Würzburger Kickers. Da ist der erste Regionalligist, der weiter ist. In der Verlängerung gegen Braunschweig. Sehr, sehr geil. Ist es Salih Sané? Ne. Salih Sané. Den kennt man auch. Aber Freiburg 3-0-Sieg gegen Martin Roda. Auch nichts passiert. Darmstadt ebenfalls ein 6-1. Ganz locker. Mainzer auch. Der jetzt Champions League. Wie haben die eigentlich gespielt? Schauen wir denen ihre Aufstellung. Mit Silas, mit Burkhard. Barreiro Lido. Okay, da hat sich gar nicht viel geändert. Defensiv. Neun Keeper haben sie. Und Schalein nur eingewechselt. Nicht schlecht. Einfach den mal für die Bank holen. Da sind sie aber jetzt ganz schön abgehoben, die Mainzer. Paderborn braucht auch nochmal die Verlängerung gegen Ulm. Und da sogar sehr, sehr lange. Erst in der 118. Minute die Erlösung durch den Hattrick von Florent Musial. Musial. Ex-Kaiser war. Klar. Gut ausgebildet. Und Gladbach auch nochmal zu überreden gegen Bayern. Als in auch. Leverkusen. Tut sich ein bisschen schwerer. Bremen auch in der Verlängerung. 120 plus 2. Ai, ai, ai. Wow. Und Frankfurt 4-1 gegen Pforzheim. Sehr stark. Gut. Das war's, glaube ich. Das war's grundsätzlich zum Pokal. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Wir sehen uns gegen Leverkusen wieder. In der Bundesliga. Mit einem Bundesliga-Auftrag. Wo wir gucken müssen, dass wir nicht auf die Schnauze fliegen. Wobei gegen Leverkusen. Ich glaube, das spielen wir sogar mit der Viererkette. Ich glaube, die sind noch eher stark. Gegen Leipzig ist es dann schwierig am zweiten Spieltag. In dem Sinne. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.